Das ist doch nur eine Einladung für Mario. Yes! Oh, damn it! Eigentlich gebe ich einen Kack auf die Krone. Aber nur weil sie mich da mal herausfordert. Ja, ja, natürlich. Ja, ja! Hast du da jetzt ein Krönchen an dem Ding? An dem Ding? Ja, weil ich da ganz oben war. Achso. Das Pieches Zeichen. Das Krönchen. Das Piecheses. Ich kann es auch sehen. Achso, auf der Karte. Ja, okay. Welche Karte? Auf dieser Karte. Ah, okay. Komm, jetzt sind schon Welt 3, wie schnell das geht. Wir brauchen, glaube ich, nicht lange, um das alles aufzunehmen. Meinst du? Oh, jetzt bin ich ja schon in Welt 1. Ja, du bist da hingegangen gerade. Das portet ja sofort. Ja. Krasser Shit. Okay. Geisterhäuschen. Aber wir müssen ja dann noch alle Sternis holen und alle Stempelis. Ich glaube, das dauert gar nicht so lange. Aber ich weiß noch nicht, wie viele Welten noch kommen. Für Mario typisch sind ja 8, ne? Ja. Und halt 9. Da ist ein Geist. Das ist ein Boohoo. Ähm, ja. Du hast ein Boohoo angepasst. Guck mal, man sieht ihn durchs Fenster. Also man sieht ihn hinterm Fenster. So durchscheinen. Das ist lustig. Die Musik ist schön. Geh mal ordentlich lang. Okay. Da unten ist ein Block. Hab's gesehen. Oh, der Boden hier so. Ja. Was ist das? Okay. Das soll's nix. Was ist denn mit dem Bild? Wann halt ich's machen? Ich kann mal reinspringen. Okay. Als hätt ich's gerochen, ne? Oh. Was? Warum nimmst du mich? Oh Gott. Ich hab dich noch genommen. Hilfe. Nein. Guck mal, sogar die... Sogar die Dings sind wieder da. Wie hießen sie? Komm schon, komm schon. Stehen holen. Äh, sie hießen... Ich weiß nicht. Aziz? Äh, äh, Aziz? Aziz? Nein. Äh, äh, N. Oh. Da war ein Pilz im, äh... Nein, das war... Der Pilz, den ich eigentlich nicht nehmen will. Wie wechsle ich denn das Item da unten? Äh, gar nicht. Weißt du? Dass ich da auch mal den, äh, die Blumen nehmen kann? Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Ui, ups, warte. Ach so mit der linken Schultertasse. Was? Weißt du mich ständig? Weil ich Y-Brücke. Dauerhaft. Ja und? Da musst du mich doch nicht gleich nehmen. Ich nehm dich immer und überall, Baby. Oh. Hahaha. Oh Gott. Ach verdammt. Könnten wir da mal hoch? Ich will die... Aktivieren. Okay, ich fahr mal da hoch. Da war noch ein Block. Hallo. Oh, oh. Da war ja noch ein Regal, was ausfahren will. Was ist hier? Huch. Ach, Geheim Gang. 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 Ach, hopp. Der war gut. Jetzt haben wir einer guckt. Alright. Hui. Mir sind die bewusst bis hier noch keine Gefahr. Nee, noch nicht. Oh. Aber es kann sich ja noch ändern. Gang. Äh, äh, flieg fest. Äh, so. Kannst du uns das andere auch noch einsammeln? Ähm, ja. Ich will jetzt grad nicht, weil ich mach den Anschluss. Äh, ich dachte gerade, weil der... Ja, treffe so. Huch. Oh, dicker... Puh. Weg ist er. Weg hier. Ähm. Nicht hier unten. Kannst du da nicht hier reinspringen? Nix. Okay. Oh. So Rolltreppen. Oh, die machen mich fertig. Äh, ja. Wollen wir da jetzt rein? Äh, nee, warte mal. Geht das jetzt hier noch weiter oder da weiter? Das will ich ja... Das will ich ja raus... Oh Gott! Da sind Türen. Fucking Geisterhäuser, ne? Das Geisterhaus mag ich grad sogar. Boah, das macht mich grad ein bisschen krank. Mit dem Gefahr. Oh. Aha. So. Boah. Okay, geht's runter? Dann geh mal in die Röhre. Das macht mich grad ein bisschen motion sick alles. Echt? Ah, das ist ne Fake-Röhre. Wow. Wow. Wui. Oh, die motion sick. Wie hießen die denn nochmal? E-Ries? I-Ries? Und so. Ja, Folzen, sag ich doch. Geister. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Hießen sie auch nicht, ne? Ich will jetzt... Also... Überall Fake-Sache. Was ist denn Geisterhaus? Das heißt doch nix. Ich gönne mir jetzt. Ich gönne mir. Gönne dir, gönne dir. Hm. Was? Hallo, Buh. Ich komm hier nicht hoch. Häng hier. Das ist wieder der... Na, du. Ui. Oh Gott. Ui. Warte. Oh, ich wollte da nicht reingehen. Damit kann man fahren. Ja, da ist da... Die ist da irgendwie reingegangen, aber ich hab... Kann zurückgehen. Ich bin nur dagegen gelaufen. Ich dachte, man muss da auch was drücken, um da reinzunehmen. Du musst da nicht... Oh. Was hast du jetzt erst gemerkt? Ja, das hab ich jetzt erst gemerkt. Du hast mir das ja nicht gesagt. Ich dachte, das hättest du schon lange gemerkt. Nein. Höh. Scheiße. Nein. Nicht zu weit. Oh. Das war ein Fake. Fake. Bin ich froh, dass ich's verkackt hab. Höh. Oh. Oh, du mit deiner Gleitfähigkeit, ne? Hehehe. Deshalb die Röcke, weißt du? Ich findest doch nur die Frisur von ihr. Awesome, deswegen nimmst du sie die. Unters Kleid. Unters Kleid. In der Farbe aber. Nicht in pink. In pink sieht das doof aus. Ja. Ja, wenigstens etwas. Aber haus hoch. Ich hab die Krone noch nicht mal bis zum Ziel getragen. Was denn nicht? Nö. Oh. Schlecht. Wie sich hier freischaltet. It's so much. Okay. Hui. Ich da rein? Ach, guck mal. Jetzt ist das wieder so ein Level. Ja, mach du mal. Ich soll das wieder machen? Ja. Okay. Dann mach ich das. Käpt'n tot und der geheimnisvolle See. Ich will nämlich erstmal was trinken. Was ist das denn für'n Fisch? Ein sehr langer. Ein Hammerhai. Mit Pickeln. Er kann nicht springen, ne? Nee. Okay, ab nach unten. Ich frag mich zwar, wie er jetzt die Luft behält. Da ist ein Sterni. Ja, ich weiß. Den will ich ja auch haben. War ich hier sicher? Ja. Okay. Äh. Ah, da kann ich durch. Die Musik ist toll. Also in dem Teil haben sie wieder super Musik gemacht. Oh. Süß. Ich möchte rechts rum. Wahrscheinlich möchte ich aber auch wieder zurück. Ja, weil da unten war ja auch noch ein... Stern-Doo. Ein Stern-Doo. Unten? Den da, meinst du? Ja. Nee, da unten runter. Wenn du aus der Röhre da kommst. Oh. Ah, da musst du aber von ganz... Nee. Da muss ich von woanders kommen. Soll ich nicht reinfallen? Der ist ja mies. Weil von da oben, da oben kommst du ja nicht rein. Ja, hier muss ich runterfallen. Ach so. Ja, genau. Und dann kannst du da in die Röhre. Zurück! Zurück? Ach so, in die Röhre. Ja. Stimmt. Ich kann da in die Röhre. Komm, das hab ich gar nicht gesehen. Wow. Du so. Die Röhre hab ich verdrängt. Hätten mich nicht hättest. Das stimmt. So. Ich musste da auf den Pi so hoch. Und jetzt kommt alles hoch. Ach, das ist ja toll. Das ist ja praktisch. Das ist sehr praktisch, ja. Was nicht so praktisch ist, dass der Hammer jetzt auch hochkommt. Ja, das ist, ähm, dumm gelaufen, wa? Dumm geschwommen, dumm geschwommen. Ich müsste es haben jetzt. Ja. Oh, leuchten die, wenn ich dran vorbeilaufe. Oh. Hey! Wurde schon anspruchsvoller. Mama! Mama! Der hat Nervstimme. Von mir, da kann sie nachmachen. Hey! Wuhu! Wuhu! So viele Sternis. Die Level sind gut, um Sterne zu sammeln. Einmal. Rein da! So. Bin zu schlecht. Bin zu schlecht. Ähm. Ja, mach mal auf. Schon 30 bauen wir jetzt, ey. Brauch schon einiges an Sternis. Oh, ganz viel Akrobatik am Gitterzaun gibt es jetzt. Oh wei. Oh wei. Ja. So was kann ich nicht. Da kann man nämlich runterfallen. Ja, kann man. Das ist immer so ein Problem. Ich schaff da so ein Krönchen auf. Jaja, du dann. Ah, ich dachte, ich hätte eine Feuerwürde. Kann ich mich da auch irgendwie dranlegen? Ne, das anscheinend noch nicht. Oh, Katze. Katze. Nimm dir. Gönn dir, gönn dir. Ich kann mir einfach mal dagegen nehmen. Das crawlt. Ja, das ist nicht so toll, ne? Mit der Katze kannst du hier dranhängen. Oh. Oh Gott. Wie soll ich denn... Ähm. Ich hab's auch nicht verstanden. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wahrscheinlich da hinten an der Wand. An dem Gitter, ja. Aber das hat jetzt... Das hat jetzt zu spät gerafft. Ich auch. Oh. Oh. Ich drück mal zweimal, ne? Ja. Aber... Bitte. Oh. Komm, bitte sammeln nicht beide. Ja. Okay. Ja. Man springt auch direkt so ab. Ja, so nach hinten. Man kann gar nicht... Ah. Oh Gott. Achte bloß nur auf dich. Ja. Mach ich. Das ist erschrecklich. Diese Ringe ignoriere ich. Da musst du dranhängen an das Gitter hin. Oh fuck. Ja, soviel dazu. Du solltest weitergehen. Ich konnte nicht. Ich wollte... Es ist... Es war zu viel. Wir sind so gut. Diese Gegner hier, ne? So. So. Jetzt gehe ich hier an das Gitter. So. Nur noch wichtige Gitter benutzen. Oh. Ich sollte nicht... Geh doch nicht so weit. Ich sollte nicht jenseits des Spaces gehen, oder? Du hast jetzt ein Problem mit, wenn es 3D geht. Naja, ich hab... Hab ich auch. Ich hatte echt ein Problem mit. Ich bin da ganz schlecht. Ähm... Du kannst doch mal rüberspringen. Okay. Hast du den jetzt... Hast du den jetzt genommen? Weiß nicht. Du bist so gut... Du bist so gut... Du bist so gut als Sprungfeld benutzt. Ich hab ein Problem. Wieso? Wieso tust du mir das... Oh. Scheiße. Ähm. Nicht. Nein. Ich wusste nicht, dass ich nur so kurz spät... Äh, da rein. Da rechts ist was. Keine Ahnung. Da wären wir aber nicht hingekommen. Nee, wir waren auch nicht. Obwohl du mit deinem Gleiten bestimmt. Ich weiß nicht. So weit gleitet die nicht. Katze. Katze. Äh. Ich hab ja nicht halt einen Pilz. Ist mir auch egal. Eigentlich war der Pilz für mich und du hättest eigentlich die Katze. Ja. Da. Habst du? Warum nimmst du den Pilz? Weil ich nicht mehr wusste, auf welchem Dings Blase ist. Auf rechte Schultertaste. Ach. Oder linke. Such's dir aus. Das ist ein Dings. Ja. Toll. Ich hol den mal. Oh, kack. Dieses Level ist ganz schön anstrengend. Ein bisschen. Ich bin irgendwie gestorben. Haha. Wow. Ah, ich wollte schütteln. Dieses Level ist so anstrengend für mich. Oh nein. Nein. Ich hab's nicht geschafft. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh. Ach, das ist das. Ach nee, das ist so ein Hilfsblock. Der Easy Mode, ja. Den nehmen wir nicht. Den gönnen wir uns nicht. Können wir, können wir. Irgendwie kann man nicht, wenn man fällt, die Blase machen. Nicht? Nö. Oh, irgendwie das. Oh, wie mies. Man kann das nur, wenn man nicht in Gefahr ist, irgendwie. Hau mal hier gegen. Hau mal hier gegen. Hau mal hier gegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst es. Ach so, soll man da dran kommen. Nein. Nein, 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 nein. Das Tuo. Wir verlieren gerade ein paar Leben, ne? Ja, wir haben nur noch acht. Ach so, Klocke. Ach so, Klocke. Hab's schon vergessen. Ihr wart halt auch zu zweit mit diesen Donuts. Oh. Das ist schlimm. Das war in den anderen Mario schon immer toll. Warte. Ich jetzt. Oh, ich hab mich getroffen. Was? Ich hol. Ich hol schon. Bin ich. Habe ich das hier? Ah, bitte. Hab's. So, ihr geht erstmal weg, ihr Nerv. Fall nicht runter. Ja, ich hab schon wieder 3D. Ich hab 3D. So ne Krankheit. Ja. Ich häng, ich häng hier gerade irgendwie ganz doof. Tja, scheiße, scheiße. Hast du gesehen, wo ich hing? Nein. Ich hing außerhalb des Dingsens. Ach, bitte lass es zu Ende sein. Ach, wir haben ein Dings verpasst. Ja. Oh. Wir haben keine Karten. Oh. Halt. Halt, halt. Ich mach mal runter. Was ist da oben? Ach, München. Ja, ich kann nicht runter. Du musst aber warten. Hier, du springst vor mir. So. Oh. Oh, nein, nein. Wie mich da unten stecken. Was mit einer Stange tanzen? Üben wir nochmal, ne? Oh, Gott. Wie oft sind wir jetzt gestorben? Ganz oft. Oh, wie schlecht. Wir haben noch nicht mal alles gekriegt. Du musst A drücken. Ja, hab ich. Oh. Oh, Gott. Wie schlecht. Oh, nein. Oh, war das schlecht. Das ist halt super. Oh. Grandios. Komm. So, ist das hier? Das haben wir auch schon mal. Was war das? Ich weiß nicht mehr. Ach, Stempel. Stempelchen. Oh, sie weint. Oh, dann kann die Katzen jedenfalls jagen. Die Katzen? Äh, die Vögel. Die kleinen fliegenden Katzen. Ja, kleine fliegende Katzen sind das. Speichert aber oft hier. Großer Level. Panik in Pastel. Oh, Gott. Wow. Panik klingt nicht gut. Pastel auch nicht. Ich mag keine Panik. Oh, nein. Ach, wieso? Run, run. Ich hab doch nicht mal Katzi. Ich auch nicht mehr. Und meine Krone liegt jetzt auch da. Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir haben Panik in Pastel. Ja, in rosa. In Pastel. Warte, 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 warte. Da hast du eine Uhr. Ja, sammeln sie doch. Versuch's. Aber ich hab 3D. Ich hab 3D. Was ist das für ein Knopf? Ich konnte das ein Peach-Knopf. Ja, dann drück ihn. Gönn dir. Ich gönn dir. Jetzt ist Stamp. Oh, nein, man kann da drauf springen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Oh. Man kann auf die drauf springen. Auf wen? Auf die Piranha-Pflanzen. Oh, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Da ist eine Wolke. Wollen wir jetzt das Gier? Ja, klar. 44 Sekunden, die gibt dir. Das schaffen wir. Letzigo, komm her. Touch me. Touch me. Wee. Die Peach ist so lang. Oh, hi. Wir haben einen Stern verpasst. Wir haben sogar eine Sekunde mehr verloren. Klasse. Weil wir da Uhren gesammelt haben. Ach, das war das Lade schon? Ja. Stangeknuffel. Ich wollte nur unter Moor kommen. Da oben wäre Münzen gewesen. Egal. Aber, oh. Chibi Peach. Chibi Peach.